du möchtest online gerne geld verdienen aber dir fehlt irgendwo das spezifische thema dazu über was solltest du schreiben wie soll ich jetzt anfangen das schauen wir uns heute kurz bei mir hier an und zwar geht es um den raketenstart zuerst mal noch sorry wegen meiner stimme das dauert jetzt schon mehrere tage so und trotzdem möchte ich halt weiter fahren ich gebe dir gleich meinen bildschirm frei damit du das anschauen kannst wie das aussieht natürlich ist das ganze immer einfacher wenn wir bereits ein thema haben oder wenn wir schon selbstständig sehen wenn wir ein berater eine beraterin sind dann haben wir schon ein thema über das wir jeden tag am liebsten kommunizieren erzählen ja etwas darüber berichten möchten und wenn das steht dann ist es natürlich einfacher mit partnern zusammenzuarbeiten wie du dann als auf viele sagt man dem also wenn du etwas empfiehlst wo du sagst ja oder eben du berichtest jeden tag über deine katze und erzählst was die katze so macht und dass sie aus diesem goldigen näpfchen was frisst und das kostet hat so und so teuer und das kriegst du bei dieser firma das wurde handgemacht aus diesem holz und dann veredelt mit diesem gold pulver oder wie auch immer und wenn du so etwas weiter empfiehlst dann verdienst du plus natürlich der produzent dann auch weil du marketing für diese person oder diese firma gemacht hast nun oftmals stehen wir hier würden gerne starten aber wir haben einfach das thema noch nicht weil es sollte wirklich ein thema sein man sagt ja auch dass die besten oder hat wo es am lukrativsten ist ist wenn es um den reichtum geht wenn es um die gesundheit geht oder wenn es um partnerschaften geht aber auch dort lasse ich nicht davon aufhalten es gibt viele nischen themen die auch funktionieren egal wenn sie noch so klein und so detailliert sind hauptsache du löst somit ein problem oder du unterhältst oder es gibt so diese sieben faktoren wer bist du bist du der unterhalter bist du der berater bist du die person die gute eigene ideen hat irgendetwas wo dann die person dir gerne folgt oder immer wieder bei dir vorbeischaut nun bist du jedoch noch nicht so weit trotzdem möchtest du ein bisschen starten dafür habe ich den raketen stark stark den raketen start erstellt wo du wirklich der ist 499 der ist nicht teuer aber es geht darum dass du zu dir ja sagen musst und ich zeige dir jetzt kurz mal wie du das ganze aufgleisen könntest oder kannst und das ist einfach so der grundpfad du lernst etwas du hast eine neue fähigkeit danach du hast ein system das funktioniert dass du aufbauen und ausbauen kannst dann kannst du schon mit dem system selber geld verdienen das zeige ich dir auch weil das ist schon bereits ein vieles produkt das eben ein produkt das wir dann bewerben weil wir das selbst nutzen und toll finden also kannst du schon damit geld verdienen und dazu natürlich noch ganz viel mehr also es ist ein start wo du bei dir in deinen social media kanälen auf deinem blog irgendwo auch immer in deiner e mail wenn du nur schon persönliche e mail verschickt kannst du unten ps schreiben und sagen schau mal mit diesem kurs habe ich das und das gelernt und schon startest du nebenbei online geld zu verdienen ohne dass du eigene produkte haben musst oder etwas zuerst erstellen musst aber du startest bereits und du startest einen aufbau also wenn du mehr zeit hast dann investierst du mehr zeit dann bist du natürlich schneller wenn du weniger zeit hast bist du längst immer macht nichts aber jede arbeit alles was du umgesetzt hast das steht und wenn du dann jeden jede woche hat eine stunde investierst dann bist du in einem monat hast du die vier stunden ja auch schon drin und hast umgesetzt in sechs monaten hast du schon ein eigenes system das funktioniert oder in zwei monaten wie auch immer jedenfalls kannst du das immer weiter aufbauen wie du das benötigst und brauchst und so langzeit bei mir ist ja immer langzeit gedacht ich mache nicht ich bin kein hype mensch also wenn heute dies in ist schnell hier mal schnell da was ich mache gerne eine arbeit heute wo ich dann wirklich jahre davon zehren kann und verdienen kann und ja etwas davon habe dass wir einmal erstellt haben und uns die mühe gemacht haben und nicht dass ich da viel mühe mache und am ende für nichts und das ist schade ist schade für deine arbeit und auch für deine leser für das ganze oder also schau mal wenn du auf den jetzt machen wir mal den bildschirm frei geben so da komme ich da auf die seite ich hoffe ich habe alles richtig so jawohl das ist der beitrag hier jetzt gehen wir auf den raketen start also das wäre das produkt ich verlinke ist hier unten wie du hinkommst das bild tut ich habe hier einen alten computer weil meiner gerade im update steckt ich muss jetzt trotzdem weitermachen du siehst es muss nicht perfekt sein wir sind menschen also setze einfach um sei du wie du selbst das lernst du bei mir auch bei income innovation du bist die marke du bist dass ich und das beste marketing überhaupt da musst du dich nicht verstellen da musst du keine kurse belegen wie du dich schminken musst du sprechen muss sondern du sprichst wie du bist einfach ja man sollte uns natürlich noch verstehen also das wäre der raketen start du siehst der ist 499 da wird noch ein bisschen erklärt wie wo was wenn du diesen hast ich habe ja ein test account mit smoothie da mache ich so mix getränke mit dem thermomix das ist immer einfach erklärt weil ich viele beraterinnen drin habe weil ich immer finde wenn du ein berater bist von du terra oder eben oder ringana thermomix die reinigungsfirmen amway oder ja da gibt es so 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 viel und ich finde das immer toll wenn diese berater natürlich ihre eigenen digitalen produkte beginnen zu vermarkten also nicht nur das produkt selbst wo sie dahinter stehen also das öl oder die pasta oder den lappen oder wie auch immer sondern dass du halt beginnst online marketing zu betreiben mit e mails mit funnels mit weiteren produkten alles digital da hast du nachher nicht mehr aufwand sondern weniger aufwand und verdienst halt mehr und hast mehr von deiner zeit dass du das mehr tun kannst was dir liegt und woran worin deine stärke ist das würde dann so aussehen wir nutzen systeme.io den link findest du auch unten ich liebe das das alles in einem und du kannst starten es kostet dich nichts also du hast auch nicht 14 tage nur oder einen monat sondern du wächst mit dem system du kannst gut starten mit der gratis version und zwar kannst du es ein jahr lang laufen lassen nur eben du hast dann keinen zeitdruck du kannst langsam erstellen beginnen du hast nicht diese monatlichen kosten die du bei ganz anderen programmen die wirklich auch top und toll sind aber da geht es ab 100 aufwärts 100 pro monat weil es dich natürlich dann also mich würde das belasten so ach ich muss mich beeilen weil ich muss geld verdienen ich muss umsatz machen damit ich diese 100 wieder finanzieren kann das heißt aber systeme ajoa nicht ich finde das wirklich daher empfehle ich das auch gerne weiter also ich bin jetzt hier der kunde der kunde da die thermomix frau und habe das jetzt bei der nadia gekauft muss das so erklären dann sieht das bei mir dann so aus das ist dann der kurs den öffne ich ich habe das so vorbereitet und hier habe ich jetzt aber rausgenommen damit du da nicht alle inhalte siehst du siehst dann bin ich im kurs drin und kannst du nach unten ich habe da einzelne schritte eingefügt von der begrüßung über wie das ganze funktioniert schritt eins schritt zwei schritt vier mit technischen anleitungen ich nehme dich da voll mit zur hand also wenn du etwas nicht verstehst schreibst du mir wir schauen das an ich lasse ich da nicht stehen es ist wie wenn ich neben dir sitzen würden und wir würden das ganze gemeinsam aufgleisen und darin hast du einen einzigen link und das ist so das tolle du klickst dann auf diesen link du bist eingeloggt in deinem system also du bist hier in deinem system eingeloggt du klickst dann auf diesen link den ich dir gebe und das ist so das wunderbare das ist dann eben immer noch ich bin hier die thermomix frau ich habe dann diese zwei seiten direkt bei mir drin also bei dir wenn du das übernimmst ich habe dann diesen raketen start funnel peng mit einem klick ist der eingerichtet du musst nichts tun einzig und allein aber dazu gebe ich dir auch die anleitung du passt das natürlich deinen farben an du passt das an dir an es kommt noch vielleicht wie dir oder ein bild von dir dazu damit es noch persönlicher ist aber du hast hier den raketen start die erste webseite die die zweite webseite und du siehst das ist alles dann schon drin und so kannst du das ganze ich habe das doch schon geöffnet bearbeiten wenn es ein bisschen schneller gehen würde so ich dachte ich hätte es irgendwo ja hier habe ich geöffnet genau dann kannst du das bearbeiten hier geht es darum dass du zum beispiel mein produkt so von beginn weg weiter empfiehlst und sagt hey ja die nadia zeigt mir genau wie ich das ganze online einrichten kann damit ich da nebenbei noch geld verdiene mit dem was ich sonst schon tun also das kannst du alles einrichten links ich habe die anleitungen schön dazu aber das steht alles schon das ganze steht damit es danach so aussieht einfach angepasst auf deine farben auf da auf das was du alles einrichten muss auch hier die ganze datenbank wenn jemand der name einträgt und von dir dein freebie befügen wir dann ein wir erstellen das wenn du noch keines hast machen wir eines wenn du keines bildst machen wir keines wie auch immer aber du kannst schon mal mit e mail adressen zusammen beginnen damit du offline also mit offline nicht noch mehr tun muss und online das ganze 24 7 wenn du schläfst sich jemand interessiert für dich oder dein produkt oder das was du empfiehlst sich eintragen kann und deine anleitung oder deine tipps sofort bekommt und das lernst du bei mir hier im raketenstart ganz einfach diese zwei seiten wie du das einrichtest und danach lernst du fähigkeiten wie du das ganze ausbaust aufbaust wie du das ganze verknüpfst wie du damit geld verdienst habe ich dir alles da drin das können wir nach eskalieren also das wollte ich dir hier mit meinem beitrag kurz erklären wenn du starten möchtest ohne dass du bis jetzt ein thema hast dass du weisst was soll ich jetzt tun wie kann ich das habe ich dir hier noch ein bisschen beschrieben kannst du nachlesen gehen was heißt das was heißt da affiliate marketing überhaupt brauche ich einen youtube kanal wie mache ich das brauche ich nicht wo stehe ich wenn du heraus findest wer du bist was du bist dann fällt es einfach einfacher dass du weisst okay ja ich schreibe wahnsinnig gern dann verbinden wir das ganze oder ich mache gerne fotos ich mache gerne videos irgendetwas müssen wir halt herstellen damit wir besucher bekommen aber wir müssen es nicht das ist einfach so eine übungssache theoretisch könntest du natürlich werbung laufen lassen aber auch dort um eine werbung laufen zu lassen musst du dich zuerst ein bisschen auskennen du musst deine zielgruppe kennen musst wissen welche welche lösungen kannst du ihnen anbieten warum sollen sie bei dir auftauchen welche übung hast du welche anleitung hast du mit welchem problem hilfst du da habe ich keine knieschmerzen mehr wenn ich das mache da da gelingt mir jeder geburtstagskuchen wenn ich das rezept von der lisa nutze oder irgendetwas also spielt absolut keine rolle aber das lernst du im raketenstart also das mal als info dazu ich freue mich wenn du mich abonnierst wenn du weitere tipps so wirklich zum umsetzen möchtest oder auch sonst folgst oder die meinen gratis starter guide herunterlässt dort siehst du die ersten vier schritte wie du das einrichtest was ist der viele viele marketing was ist digital marketing kann ich das ganze kombinieren mit einem eigenen kurs kannst du auch ich helfe dir einfach bei der technischen umsetzung oder auch bei kreativen sein also wenn du mehr ideen brauchst du dann schreibst du mir einfach gut also abonniere nicht vergessen ich freue mich schreibe mir bis zum nächsten mal